Zufallsgenerator sagt 29, Sim basierend auf einem Disney-Charakter. Let's go! Ich bin gespannt, ob ihr raten könnt, welchen Sim ich mache. Ich meine, es ist nicht schwer, es ist schon leicht zu erkennen. An der Haarfarbe, wenn man ein Spiel ein bisschen schneller laden würde, wäre ich auch ein bisschen schneller. Sie hat ein lilanes Oberteil, oder? Man muss einfach nur erkennen, welcher Sim ist es ein lilanes Oberteil. Und unten ist die rot ange... Nee, nicht rot, grün angezogen. Ah, warum tue ich mir das überhaupt an? Ich will ihr unbedingt Lashes geben. Ich weiß, ihr seid enttäuscht und ich will hier keine Lashes geben. Wo sind meine Lashes? Hier haben wir sie. Und vielleicht dann auch noch so Muschelohrringe oder sowas in die Richtung. Oh mein Gott, wie viel Zeit habe ich überhaupt noch? Ich finde, man erkennt sie schon. Jetzt könnte man noch ein bisschen Feinschliff machen. Ich habe irgendwo ein total perfektes Oberteil, genau für Ariel. Ich meine, jetzt kann ich es euch sagen. Ihr habt eh gewusst. Gewiss? Gewusst? Oh mein Gott, Leute, ich dreh gleich durch. Wie viel Zeit haben wir überhaupt noch? Grün, grün, grün. Vielleicht finden wir noch eine bessere Hose. Uh, die ist aber schon... Und die Zeit ist vorbei.